Wenn das Universum alles ist und sich ausdehnt, wo dehnt es sich dann rein? Ein Physiker bin ich nicht. Ich habe vielleicht mal ein bisschen mit Gras gehandelt. Also ich kann so eine Waage und vielleicht ein bisschen Harspray auf Gras sprühen und vielleicht ein paar Centmünzen darunter jubeln, um das alles ein bisschen schwerer zu machen. Aber jetzt irgendwie mit Dehnungsmethoden oder so mit Dehnen, keine Ahnung.